Na, hat da jemand verkackt? Nein! Nicht? Schade. Also... Ich bin schon mal zwei Punkte weiter, ne? Ja, Yid, Alter, wo will ich denn hin? Ich schau, ne? Wir sehen uns dann im Ziel. Du musst oben bleiben. Ey. Ich muss jetzt einen Toast-Sprung machen durch einen Container. Ja, und? Du hast das eben durch einen dünnen Schlitz gestanden, ne? Ich hab's das nicht aus. Hallo und herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zu einer weiteren knusprigen Episode Let's Play GTA 5 Online. Zusammen mit der lieben Sarah, die meint mich heute ein bisschen zu ärgern, weil sie hat nämlich gesagt, Ich hab die beim Excel rausgesucht, also die da, äh, weil du dich momentan so bei Flips-Kacke anstellst und blablabla und da sagst, ja, ich kann die nicht, äh, äh. Ja, finde ich schön. Hallo, Sarah. Wow, danke. Ja, ich glaube, ich hab das... Jetzt dein Begehr. Äh, ich glaube, ich hab einfach gerade sehr treffend wiedergegeben, was du vorgesagt hast. Nein! Wieso, was hast du denn gehört? Von dem so rede ich nicht. Ne, wie redest du denn dann? Ja, ich glaube nicht, dass meine Stimme so piepsig ist. Verpiss dich! Verpiss dich! Verpiss dich schaffst du es nicht. Es geht schon wieder los! Und es geht schon wieder los. Ja, hallo? Na, easy! Erster Punkt! Was ist denn da los? Wo bleibst du? Ja, ohne Träume hättest du den Punkt jetzt nicht gehabt. Lager mich doch nicht voll, du Schinken, ey! Oh, ein Sinn! Hä, okay. Na, hat da jemand verkackt? Nein! Nicht? Schade! Also, ich bin schon mal zwei Punkte weiter, ne? Warum bist du heute wieder so frech? Ich darf auch mal frech sein. Bist du zu heiß geduscht? Ne, ne. Bist du sicher? Ja. Ja, ja. Ich dusche nur lauwarm. Äh, lauchbar? Genau, lauchbar. Olaf, was ist lauchbar? Lieferin sie wieder auf. Na, ist auch so geworden. Wir müssen uns mal was Neues anfangen lassen. So, Olaf de lauch ist schon... Boah, wann haben wir denn damit angefangen? Jetzt mal ernsthaft. Boah, vor anderthalb Jahren circa? Äh, müssen wir mal weglassen. Die Arme, ey. Hä? Achso, lol. Okay, jetzt bist du verstanden. Was hast du verstanden? Wo bist du, Alter? Ich war ja alles, hörst du mal... Hä? Ich bin wegpump... Hey, Alter, okay. Ich grad brauche es mich jetzt wieder. Ja. Oh. Oh, Mann. Genau. Oh. Oh, hallo. Du sagst ja auch nix, ne? Warum auch? Ja, jeet, Alter, wo will ich denn hin? Schau, ne? Wir sind uns dann im Ziel. Ich hab noch nie so'n Flip gehabt. Ja, einfach raus springen. Ne, mal ernsthaft. Hast du schon mal in deinem Leben in GTA ein Flip gemacht? Ja, aber so ein Flip. Ja, es ist auch einfach nur ein Flip. Und das ist ein ganz lieber Flip. Der tut ja auch nix. Oh, fuck. Er will doch nur spälen, Mann. Einfach rausheaten. Du hast da doch Platz ohne Ende. Ja, ist okay. Ich hab ihn doch. Ich schnauze mich nicht an. Ich schnauze dich nicht an. Ja, ja. Oh, nein, 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 nein. Flup. Hapistisch. Ey. Hä? Wo müssen wir denn hin? Hey. Hey, das ist jetzt das denn scheiße Ernst. Hä? Ich hab doch nichts gemacht. Doch, du hast mich irritiert. Oh, sorry. Haasipupsi Börschi. Was? Ja, haasipupsi Börschi. Ja, hast du eigentlich schon Gedanken über die Boxer-Shots gemacht? Ne. Wieso, ne? Ja, warum auch? Weil die Community das fordert. Hä? Ich hab doch gar nichts gemacht. Hä? Ja, ernsthaft? Ich hab doch nichts gemacht. Das sag ich auch immer. Ja, sag ich auch immer. Wo bleibst du eigentlich? Du schlechter Mensch. Oh mein Gott! Oh Gott! Abziehen! Du kennst du diese Augen? Ich hab gesagt, du bist gerade nötig. Komm, dann sehen wir noch kurz mal von mir! Na! Alter! Hä? Ist der doch voll lustig! Hm, genau. Da hab ich dich aber ein bisschen schnell durchschaut. Schade, ne? Ja, schon, ne? Ja. Kannst dich bei den Losers bedanken. Weil die hätten durchgezogen. Nein! Schade, ne? Tschüss! Tschüss! Grüechen! Kleine Fresh Ducks. Hallo. Hä? Hä? Ich hab nicht mal was gemacht. Seit wann wird eigentlich wieder so getryhardet? Weiß ich doch! Ich wollt mal so nachfragen. Ja, hätt ich auf jeden... Also bei jedem Punkt auf dich warten sollen, oder was? Hä, willst du mich mal arschlich? Bevor sie labern mich mal jetzt hier nicht voll hier? Ja, nur weil du mich jetzt eingeholt hast. Ja. War die ganze Map vor dir. Du warst überhaupt nicht die ganze Map vor mir. Hö? Hö? Ja, ich hoffe du verkackst. Natürlich nicht. Hö? 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 Eie這個是 ist esaal! Wie geil ich die Bremse upgrade hab! Elfer Assknapp, ne? Wie geil ich die Bremse aufge rugul celebrates ab! ja genau wir sehen uns am kurzen cut zur zweiten map bis gleich jo freunde und dann sind wir zurück zweites und letztes rennen des heutigen tages level action easy eine acht minuten challenge für profis 20 für die normalsterblichen sara macht die map jetzt in fünf so ein ding ist das hat sie vorhin schon gesagt easy peasy hallo die liebt nicht rum okay ja ich liebe halt nicht nett rum dann lüge ich halt böse rum heute hallo jetzt hör auf damit hallo nicht immer aber können wir mal darüber reden was für ein geiles foto finde ich das gerade warum ist kontaktlos egal dann kommt es jetzt nur auf dem puren skill an weil es cool oh mein gott okay darauf war ich jetzt nicht ja den kannst du glaube ich auch noch nicht wohin ach so ein ding ist das oder um ist ein bumper ja bin auch schon nein okay ich hätte noch eine runde drehen soll also ich habe mir jetzt zeigelassen das war dumm eigentlich war das voll smart nein ich meinte bei mir war es dumm passen sie auf fahren sie langsam dann schlafen sie es ganz eventuell auch fest wir machen voll zwei hart ne ja denke schon ja jetzt hier weiter oder wo muss ich jetzt hin eine bisschen wie sagt man obstakel würde mich ja gut schon direkt verkackt okay wie fahre ich denn auf was denn andere falsch waren aber nö diese auffahrt ist nicht ganz so geil muss ich ganz ehrlich sagen das geht ne aber boah ich hasse container mann das sah gut aus ja ne kammer kammer hast du auch verdient warum hier sah gut aus ey ich hasse container auch mal wieder was gefunden was mich aufregt container was wirklich im GTA eigentlich nicht so ey Junge ich krieg nen Anfall hier ist ja wieder aber ich hab den Punkt ne ja schau das ist so ein first shy element was ist denn das man eigentlich ist das absolut first shy das hier auch ey schon wieder die kommentare aus der community von dem mapper bauen da wurde nicht korrekt der pit gebaut ja wurde es auch nicht die abstände sind nicht ganz exakt boah kaka ey ich bin zu lost ey meine güte 5 minuten ja leck mich am arsch 5 minuten? ja du hast doch gesagt ich mach das hier in 5 minuten ja ja aber wieso in 5 minuten arsch lecken ja ey ey ich fahr mich nicht einfach mal heat gemerkt schalow ich füllen mit mir weiß ich nicht ja das kann man keinem bieten ne doch heute nur Sarah sich die übrigens ne einfach um die einen reinzudrücken ich hab schlutz nicht alle so ja komm das hat mich voll aussortiert ich hab jetzt nicht mehr nach also ich hab nur nachgedacht und nicht mehr gelingt aha hat sie das reindrücken äh abgelenkt ah ja so so perfekt oh nein boah alter ich hasse sowas oh nö ja ja ich hab endlich diesen Dreckspunkt mhm ok schön ah das war zu weit das ist danach deine Tastatur wenn du einmal halt lenkst ist es soweit deswegen am besten hier mit der Maus ausrichten für die Leute die sich immer wieder fragen wie das überhaupt geht äh linke Maustaste glück halten dann könnt ihr lenken ey ey warte das hat mich schon äh in der Aufnahme mit den Losers aussortiert genau so ein Element war das ey Bremse mitten auf dem Wallride dann in so eine Tube rein ok mach einfach die Drehung so ne es hat viel zu viel ich hätte weiter rückwärts gemusst ok du musst oben rückwärts raus rückwärts ok ja es ist kein Spaß ich hab da grad ne Bremse gesehen äh warte wie machst du nur die Bremse drehst dich wie ne Koralle oder ja Koralle nein und dann bin ich zu weit unten ah ok ist das ne fiese Nummer oder muss man die Bremse als Bremssprung nehmen du musst auf jeden Fall Band-Emp-Zone und Höhe gewinnen ne ob du den jetzt Entschuldigung mal ob du das jetzt als Bremsi machst im Sinne von Bremssprung kenn dir lol oh nein überdreht ach ficken ey boah bremsen ne bremsen am Ballreiz da haben wir das Neues gefunden was ich definitiv nicht kann ge geiler ey normalerweise kannst du sowas ne ich hab damit so Probleme in letzter Zeit also ok das war nicht gut das ist auch nicht bei mir eieieieieieiei ja ich hab sowas noch nie also nicht so oft gemacht noch nie nicht so oft ja ok ich bin rückwärts ja muss hart nach oben nein nicht überdrehen ich hab den Punkt warte weg ja ich hab trotzdem den Punkt ja ich hab trotzdem den Punkt lol ok komm da nicht mal am andere so ey gleich ja genau dieses Element das bummst mich einfach das hatte ich auch neulich mit den Losers äh da war es nochmal richtig gemein weil da kam nämlich eine gerade Stelle danke dafür René jetzt verzei ich dir immer noch nicht just saying hä? oh oh ne ey nö ey die ganze Zeit kriege ich meinen fetten Arsch da nicht hoch jetzt war ich zu weit rum hm hm schade ja ey dein Internet ist heute wieder Prämen Schwanz egal jete mal weiter ne doch ja ich kann nicht weiter jeten doch also doch ey wieder nicht ach man ich weiß nicht wie das funktionieren soll weil sie weiß nicht wie ich mich drehen soll ich muss mich komm endlich oben rückwärts dran du musst oben bleiben ich höre es nur so klong gegen die plattform ich muss nämlich jetzt einen toast sprung machen aber da ist eine bremse ja probier aus ja ich keine ahnung wie ich mich da drehen soll das ist ja super theoretisch muss ich ich glaube wir brauchen ja die 20 minuten also fünf haben die schon mal verkackt ne äh 8 hoch 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 nice ich weiß nicht wie ich mich da drehen soll toasties sind auch immer so ne sache für sich selbst ne ich glaube die map habe ich immer bei den jungs gesehen kommt man da ne kommt man da überhaupt mit dem fahrzeug so durch ey du hast natürlich mal die premium spawns ne ey ich muss mich mal ausrichten ah ich glaube man muss einfach richtig gerade sein und einfach nur um fünf drücken ja ja und die spawn ist halt null ausgerichtet ja richtig käse ja du kommst doch gar nicht so mit dem fahrzeug da durch weiß ich nicht sonst verstehe ich es aber nicht ich weiß nicht wie man sich sonst drehen soll weil du musst dich ja komplett rückwärts drehen und die zeit hast du aber nicht ist hier die map für uns vorbei ich habe nichts verstanden ja ja okay ich habe den punkt wie du hast den punkt ja ich bin mittig also ich habe versucht mittig da draußen zu kommen und habe um acht gedrückt und wie so ein bremsi also bremssprung gemacht keine ahnung hat funktioniert also von daher aber erstmal die mitte herausfinden also du musst nicht schräg da durch du kannst da normal gerade durch wie die karre ist nur einfach nach vorne nehmen bremspunkt fertig ja fertig das war meine frage ja alter weil das ist boah das ist schon knapp hallo ja also sonst weiß ich nicht sonst hätte ich mir jetzt nicht denken können wie man es sonst machen würde ich glaube es ist so gewollt dass du eine Drehung machst aber ich glaube aber wie nein nein ja fahr weiter mach dann bringst du Ende ja scheiße ja leute ja geil ja ich hasse gerade diese stelle hier ok was kommt hier oh jetzt war viel zu früh nehm geht noch ey ist das nicht scheiße nehm ja danke GTA ey wir lieben nehm premium aber wäre super wenn du es schaffst weil dann ja brauchen wir die Aufnahme nicht wegwerfen jetzt sind wir ja magel ok das habe ich noch nie gemacht aber ich habe es geschafft nice wie viele Punkte hast du noch äh kann ich gerade nicht sagen ich bin noch am fahren nehm warte bin von 11 von 15 ja nice zieh durch ah da oben ist der Bumper ok ich zock jetzt gerade nebenbei ein bisschen Territory haha ich kann was halt machen ey ja kenn dir ja so da ist der Bumper ok ok muss ich hin kifft äh raus nach oben nein oh mein Gott haha ich habe kurz am Punkt verkackt konzentrier dich ok mach mir stolz ja haha ja ich habe es nicht gesehen man hätte von der Tube aus äh zum Punkt springen müssen aber ich dachte da kommt ein Walride oh oh ok ja 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 okay haha ich bin jetzt nebenbei Territory und zockst oh schön ja was soll ich waren na ich habe keinen bock jetzt die Web nochmal neu zu starten ne ne haben wir heute keine Zeit zu wir haben heute nur was vor ok 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 so ab nach oben ab nach oben ok 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 so ok ja ich muss jetzt einen Toast Sprung machen durch den Container ja und du hast es eben durch den dünnen Schlitz geschafft ne dann schaffst du es jetzt auch hab's also hab den Punkt nein oh nein oh nein ich wollte jetzt dann und dann machen wir haben sie fest holen hallo ne mach's Second Trail ja gut ne aber minimum also ich seh schon mal das Ziel auf der Karte ja dann mach es wahr jep ähm da wollte ich zu viel alter ich kriege da voll auf die Kina ok wie ok ist es im Ziel oder was ne noch nicht lol aber jetzt bin im Ziel wuuu na wie viele Minuten 16 Minuten 28 ja immerhin also die Normalo-Stelle schaffst du es schafft ja und ich hab hier in Territory einen auf den Arschlecklecher ist heute nicht mein Tag würd ich sagen gut wenn euch diese etwas andere Episode gefallen hat positive Bewertungen lassen während Räumchen schickt um wenn ihr Videobeschreibungen habt Partnerin zu Gaming der Merch und beide Maps zum selber zocken sind verlinkt ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sehr schön bitte und auch einen wunderschönen Tag und äh ja tschö 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 und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit